ja hallo und willkommen auf meinem kanal das wird mein erstes video sein und ich habe noch keine gemacht und das ist auch schon ziemlich lange eigentlich von mir eine planung dass ich das mal in angriff nehmen mal ein video zu drehen aber bis jetzt bin ich nie so wirklich dazu gekommen bitte steinigt mich nicht ich weiß ich bin totaler neuling und das wird sicherlich jetzt auch nicht irgendwie geplant sein und auch nicht irgendwie professionell rüberkommen ist einfach nur ein anfangs video kein plan wie lang das wird aber ich sage einfach mal drauf los in der hoffnung dass es irgendjemanden irgendetwas bringt weil ich mir selbst unheimlich gerne videos angucke und in der hoffnung natürlich dass irgendetwas zurückkommt ja demnach wollte ich auch gleich beim ersten video bei einem tag mitmachen der momentan auf youtube umgeht und es geht um den tag was befindet sich in meiner schminktasche dieser tag wurde vor längerem schon mal gestartet und soweit ich weiß wurde ich jetzt nicht persönlich geteckt geht ja auch schlecht man kennt mich noch nicht und ähm m m ist mein neues lieblingswort demnach mache ich ganz einfach mal mit weil eine von den personen die mitgemacht haben auch alle geteckt haben die mitmachen wollen und da fühlte ich mich einfach mal angesprochen und mir fehlt jetzt das erste video auch nicht sonderlich besseres ein als was könnte ich zeigen ja vielleicht finde ich ja dadurch ein paar ideen so das wäre meine schminktasche relativ klein vorweg muss ich sagen in meiner schminktasche befindet sich eigentlich immer genau das was ich an dem tag benutze oder mir vornehmen zu benutzen oder benutzt habe und eigentlich nur so dinge die ich über den tag verteilt eigentlich gebrauch also meistens eigentlich den lippenstift den ich trage und eigentlich den lipgloss und das war's und ja dann fangen wir gleich mal an so sieht das innenleben aus relativ wenig also im vergleich zu anderen größeren youtuber hier ist das relativ wenig also das was ich immer dabei habe ist ein kampf und eine klammer für die haare weil auf meiner arbeit ich normalerweise eigentlich zu haare tragen muss ja der erste freaky gegenstand ein desinfektionsmittel brauche ich auch unbedingt nicht nur aus arbeitstechnischen gründen sondern wenn man viel unterwegs und so ja man möchte sich ja ungern irgendwelche krankheiten bakterien aufhalten und deswegen habe ich so eine manie des händewaschens entwickelt und da ich nicht immer wasser in der nähe habe kann man das natürlich von sakutan auch ohne wasser verwenden dann habe ich komischerweise das hat bis jetzt niemand gezeigt immer ein pensel mit dabei um puder noch mal aufzutragen oder gegebenenfalls noch mal drüber zu gehen wenn ich auf der toilette bin oder so das ist jetzt der der ebelin powder pinsel aus dem dm der ist schön weich gibt nicht relativ viel widerstand ich finde ihn aber recht angenehmer lässt sich das gut mit dem das puder auftragen und ich denke auf youtube wurde hier zu dem pinsel eigentlich schon alles gesagt was gesagt werden müsste er ist einfach ganz gut und jetzt nur noch eine sache außer vielleicht hier vorne befinden sich dann nur noch haargummi tigerbalm weil ich vor relativ längerer zeit erkältet gewesen bin und das schmier ich mir dann immer um die nase rum und dadurch kann man wieder relativ gut durchatmen also so sehr gut wenn man erkältung hat hilft eigentlich auch gegen kopfschmerzen riecht sehr stark und wenn man erkältet ist ist das wirklich eine gute sache gibt es beim asia im bis oder chinesen oder so also das gibt es schon kommt man gut dran falls jemand interesse hat und dann natürlich heute das ist das einzigste gegenstand dann ist meine schmucktasche leer den lipglas den ich heute über den milky chai trage ich weiß den gibt es nicht mehr aber ich habe ihn noch weil ich ihn noch nicht komplett aufgebraucht habe der lipglas drüber aus der essence xxl reihe in pure beauty wie macht man das ja denke man kann es irgendwie lesen und wenn ihr wisst ja wie das ding aussieht ja das wäre jetzt mein erster tag den ich erfüllt habe und somit auch mein erstes video und falls ihr irgendwelche fragen anregungen oder wünsche hat kommentieren und ich freue mich über antworten falls irgendein interesse besteht oder so also gerne melden dann macht es erstmal gut